Mohammed Hamu sitzt konzentriert an seiner Nähmaschine. Gerade näht er den Saum für Vorhänge. Hier in der Nähwerkstatt entstehen nicht nur afrikanische Taschen, der Syrer und sein Team kümmern sich auch um Änderungen. Hose und Rock und Kleidung, Jacke, alle kommen jeden Tag. 5 oder 10 Leute kommen, ja. Viel Arbeit. Vor gutem Jahr ist Mohammed Hamu mit seiner Familie von Syrien nach Württemberg gekommen. In Aleppo hat er als Herrenschneider gearbeitet und hatte 15 Angestellte. Ich liebe diesen Beruf, ja. Unterstützt wird das Projekt von der evangelischen Kirchengemeinde Sulz-Holzhausen. Aber auch die Stadt und viele Ehrenamtliche packen mit an. Wie zum Beispiel Karl Götz. Er ist besonders begeistert von den Taschen. Alle aus gespendeten Reststoffen und verschiedene Farben, verschiedene Formen. Diese hier zum Beispiel ein blau-pinkfarbenes Modell, sodass es auch sehr dekorative Taschen sind. Aktuell arbeiten drei Flüchtlinge in der Nähwerkstatt. Und Karl Götz und seinem Team gehen die Ideen nicht aus. Wir bieten ab Herbst Hausaufgabenunterstützung an, also mit den Leuten Deutsch üben. Eine unserer Helferinnen wird einen Männernähkurs veranstalten und auch zwei Damen wollen Stricken anbieten. Und so ist der kleine Laden in der Stadtmitte von Sulz am Neckar nicht nur eine Nähwerkstatt, sondern auch ein toller Anlaufpunkt für Flüchtlinge und Einheimische. Und so ist das.